Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich mal ein kleines Anliegen äußern. Ich habe eine Bitte und zwar suche ich schon seit längerer Zeit ein Altkleidersammelcontainer. Als Paketbox möchte ich den umfunktionieren und in diesem Video werde ich im ersten Teil die Problematik erklären, warum, wieso, weshalb und im zweiten Teil werde ich das Ganze ein bisschen veranschaulichen für alle Zuschauer, die das noch nicht kennen. Ich war nämlich gestern wieder unterwegs auf die herkömmliche Art und Weise mit all den Problemen, die dann dadurch, also mit einigen zumindest, die dann dadurch mitbringen. So eine kleine Alltagsführung wieder bei mir durch den Busch. Gut, beginnen wir hier erst mal mit dem ersten Teil. Altkleidersammelcontainer und zwar als Paketbox mit dem Hintergrund, dass ich eigene Produkte rausbringe, die, hier verweise ich auf das 5000er Video, falls das jemand nicht gesehen hat, nicht meiner persönlichen privaten Bereicherung dienen. Ganz im Gegenteil, mit den Produkten, die ich rausbringe, verkaufe und verschicken muss, finanzieren wir genau die allgemeinen Aktivitäten hier auf diesem YouTube-Kanal und was natürlich auch über diesen Kanal darüber hinausgeht. Darauf weiß ich nicht, dass jemand sagt, kannst du dir auch, wenn du was haben willst, selber und so weiter. Ja, also es hat tatsächlich einen positiven Hintergrund. Das heißt aber dennoch nicht, dass ich etwas geschenkt haben möchte. So weit, das soll ich den falschen Eindruck machen. Ich bin natürlich auch bereit dafür zu bezahlen, aber der Hintergrund ist tatsächlich, dass ich allein nicht weiterkomme und dass uns das oder mich gerade davon abhält, genau meine Produkte rauszubringen, zu veröffentlichen. Denn, wie wir denn in dem Folgevideo, zweiten Teil ja sehen werden, dass es ein enormes Problem mit sich zieht, wenn denn die, worüber sich normale Menschen beziehungsweise Menschen in einer anderen Wohnlage, sagen wir es so, freuen würden, mit einer einer logistischen Anbindung, ist bei mir eine riesen Problematik. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund momentan, warum ich quasi nichts rausbringe, weil ich es nicht verschicken könnte. Und das müssen wir ganz dringend ändern, damit es losgehen kann. Ähm, ich erkläre jetzt für alle, die das hier noch nicht kennen, noch mal allgemein meine kleine Wohnproblematik. Ähm, wie man es ja auch schon sieht, ländlich, draußen im Wald, sehr ablegen. Die nächste Kleinstadt ist zehn Kilometer entfernt. Ähm, das heißt also, hinzu kommt noch, dass es hier so verstreut ist, dass wir quasi, ähm, keine, äh, dass nicht jedes, äh, Grundstück, jedes Häuschen, jede Hütte irgendwo einen Briefkasten hat, wo denn der Zusteller ranfahren kann. Das heißt, das ist alles so verstreut, die macht, kein Mensch macht sich die Mühe, müssten sie eigentlich. Ja, ja, weiß, die brauchen wir aber gar nicht darüber diskutieren, das ist ein ganz anderes Problem. Sondern wir haben damals vor vielen Jahren zentral, das ist dann mit der Gemeinde abgesprochen, auf einem zentralen Platz, so wie man das vielleicht auch in nordischen Ländern, in Lapland kennt, ja, wer mal ein bisschen durch Nordfinnland gefahren ist, so ein Klassiker, sieht an den Straßenecken, äh, äh, einer Hauptstraße, dann stehen irgendwo so eine Ansammlung von 15, 20 Briefkästen, mitten im Nirgendwo. Und die Eigentümer dieser Briefkästen, die wohnen viele Kilometer weiter entfernt. Und genau das Gleiche ist es bei mir auch, nur dass es jetzt keine 50 oder 100 Kilometer entfernt sind von dem Kasten, sondern der Kasten steht jetzt von mir ungefähr 300 Meter entfernt, ja, so Pi mal Daumen. Und von jedem anderen Anwohner, der ja auch irgendwo verstreut wohnt, natürlich eine entsprechende andere Entfernung. Das heißt also, es gibt, es gibt nur diesen einen zentralen Anlaufpunkt. Damit kann man sich natürlich erklären, es gibt auch keine Klingel, ja, denn du hast nur den Briefkasten, der nirgendwo steht, da kommt die Post rein, die Zusteller, schmeißt die Post rein. Und dann gibt es daneben, das haben wir ungefähr, es ist vor zwei Jahren, so Pi mal Daumen, anderthalb Pi, ist eine Paketbox hier aufgestellt worden. Da haben sich mehrere Menschen organisiert und haben gesagt, wir müssen hier eine Box aufstellen, damit wir auch Pakete empfangen können. Denn man kann sich natürlich vorstellen, es ist das gleiche Problem. Denn vorher ist es so gewesen, dass die Zusteller sagen, okay, ich treffe den nicht an, weil ich habe nur einen Kasten, ich habe hier, hier kann ich unter dem Kasten lege ich nichts ab. Ja, weil das würde dann jemand anders mitnehmen wahrscheinlich. Und so ist es dann auch schon passiert. Und dann haben die das immer in den Paketshops abgeliefert. Das heißt, jeder Anwohner musste, wenn er eine Sendung bestellt hat, die nicht in den Briefkastenschutz gepasst hat, musste jedes Mal mindestens zehn Kilometer in die nächste Kleinstadt fahren und das dort abholen. In einigen Bereichen war es dann sogar so weit, dass die Logistikunternehmen, die keinen Shop mehr hatten, hier regional in der Vertretung, das heißt, wo die Mitarbeiter diese Vertraglichkeit gekündigt haben, musstest du denn ins nächste Depot fahren. Und das sind über 40 Kilometer entfernt in der nächsten Kreisstadt, wo quasi die größeren Logistikunternehmen ihre Depots haben. Das ist also ein ganz schöner Aufwand, wenn man etwas bestellt hat. So ist es quasi vor anderthalb Jahren gewesen. Eine Katastrophe könnte man sagen, wenn man bedenkt, dass wir in der Mitte von Deutschland wohnen. Aber ich muss es immer noch mal sagen, wir wohnen im Osten der Republik, schon mal das erste Problem. Und das zweite Problem dann auch noch ländlich abgeschnitten. Das ist also quasi das Klientel, wenn man es so sagen darf, was völlig vernachlässigt wird von der Politik. Und Politik meine ich im ganzen Stile. Es geht ja auch um Arbeitsplätze, auch ein ganz anderes Problem. Aber das ist etwas, was wir nicht ändern können. Aber was zumindest geändert wurde, war diese Paketbox, die dann aufgestellt wurde. Die ist für ungefähr, ich weiß es nicht genau, also ich schätze mal 20 Menschen. Anwohner nutzen die. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, diese Paketbox ist etwas ähnlich wie ein Altkleiderncontainer. Stand allerdings vorher an einem anderen Platz, um nicht zu sagen, stammt von einem Flughafen. Offiziell weiß ich nicht, woher sie kommt und wie sie hierher gekommen ist. Gut, Hammer das. Und das hat auch, wie gesagt, wunderbar jetzt soweit funktioniert, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, hier zuzustellen. Aber welche Möglichkeit es gibt es nicht, dass ich etwas darüber verschicken kann. Ganz einfach, weil nämlich zu viele Menschen diese Box nutzen. Und Punkt Nummer zwei ist, die Zustellung funktioniert auch nur beschränkt. Das wissen zumindest die Stammabonnenten meines Kanals. Denn hier haben wir jetzt folgende Problematik. Die Zusteller, die den Bereich hier kennen, die wissen, dass es ein relativ großer Aufwand ist, hierher zu fahren und etwas zuzustellen. Das lohnt sich für ein, zwei Leute, die ja etwas bestellt haben an einem Tag, fahren die gar nicht erst hierher. Die warten dann meistens mehrere Tage, bis sie irgendwie fünf, sechs Sendungen in ihrem Auto zusammen haben für diese Anschrift hier und dann fahren sie erst raus. Das ist ja ganz normal. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, wenn du Zusteller hast, die das noch nicht kennen, was leider jetzt immer öfter vorkommt, nämlich dadurch, dass die Zusteller quasi ihren Job nach kurzer Zeit schon wieder kündigen oder gekündigt werden, wie auch immer, weil sie keinen Bock mehr auf den Scheiß haben. Was ich auch verstehen kann. Und damit hast du jedes Mal gefühlt, haben wir praktisch jeden Monat neue Zusteller von einigen Verdansdienstleistern. Und die kennen die Situation hier draußen nicht. Den musst du, den müsstest du theoretisch erstmal erklären, wo ist es überhaupt. Denn über ein Navigationssystem, findest du es nicht, fährst du immer zur falschen Adresse, da sind die schon so, mit so einem Hals, wenn sie sich finden, fahren sie erst gar nicht hin. Und Punkt Nummer zwei musst du denen nochmal mit den Briefkästen, mit der Paketbox, wieso geht es nicht anders, wieso kann ich nicht allen, das musst du jedem erklären, da drehst du durch. Du machst also quasi gefühlt jeden Monat wieder eine Rundführung deines eigenen Wohnortes und erklärst hier die gemeinschaftliche politische Situation. Und kann man sich vorstellen, wie das die Leute interessiert. Die wollen einfach nur ihre Pakete loswerden oder aber welche mitnehmen. Also ist es grundsätzlich schwierig. Und jetzt könnte man sagen, ja Dominik, du hast ja schon dort eine Paketbox, beziehungsweise bist Mitnutzer. Die steht wie gesagt ungefähr 250, 300 Meter von mir entfernt. Schöne Sache soweit. Aber jetzt die Problematik, wie gesagt, sie reicht nicht mehr aus. Wie wir im zweiten Teil des Videos sehen werden, zeige ich euch da anschaulich, wie viele Pakete ich durchaus mal an einem Tag wegbringe und gleichzeitig, das heißt verschickt werden müssen, und aber gleichzeitig ich auch Pakete wieder empfange. Nämlich genau von jenem Material, woraus ich die Produkte dann halt basteln, entstehen lasse. Ja, das heißt also, ich kann keine fremde Box mehr mitnutzen, aus dem Grund, weil einfach der Platz dafür nicht mehr vorhanden ist. Die anderen, die steigen mir aufs Dach, wenn ich die Box dort vollknalle mit meinen Paketen und deren nicht mehr reinpassen. Das wird nicht lange dauern, dann bin ich hier die Hassperson Nummer eins. Punkt Nummer eins möchte ich das gern vermeiden. Und Punkt Nummer zwei, ein Fall, den wir hier schon zweimal hatten, mir wurden Pakete gestohlen. Das ist nämlich die nächste Problematik. Es wurden nicht überall nette und ehrliche Menschen und hier muss man sagen, wenn man irgendwo draußen wohnt, das ist ja nicht selten so, es gibt auch Menschen, die ziehen aus einem ganz bestimmten Grund raus. Und zwar nicht der, der ich hier habe, weil ich meine Ruhe haben möchte, sondern weil sie etwas im geheimen Kämmerleim treiben möchten, was sie vielleicht in einem urbanen Sektor so nicht ableisten könnten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die Klein- und Mittelkriminellen. Ja, und da kann ich euch nur sagen, die Polizei interessiert sich für Paketdiebstähler einen feuchten Dreck. Zwei Strafanzeigen von mir sind im Sande verlaufen. Ich weiß auch hier, ja, es gibt dafür definitiv Verstoß gegen Postgeheimnis, denn es geht hier nicht nur um Pakete, die endet wurden, sondern ist auch mein Briefkasten schon aufgebrochen worden. Also hier draußen sind Zustände, kann man sich, also wollte er nicht haben, was das zumindest angeht. Ja, so schön die Vögel immer piepen und alles ruhig ist, gibt es von der Seite aber auch noch eine ganz andere Medaille. Und das heißt, wenn ich jetzt natürlich die Produkte, das ist ja denn nicht mein Eigentum. Jemand hat etwas gekauft, ein Produkt, ich verschicke das. Dann ist es ja praktisch seinen Besitz, beziehungsweise es geht dann in seinem Besitz über, sind also nicht meine Sachen, nicht für mich. Und dann muss ich einfach etwas sicherer. Das ist ganz einfach. Ich kann nicht von anderen Menschen, von Kunden quasi die Pakete klauen lassen, wie viele denn, was ist denn das für ein Aufwand von der Strafanzeige, was es beim letzten Mal schon war, das war ein Riesending, das möchte ich nicht nochmal wiederholen, auf keinen Fall. Also es gibt eine dringende Notwendigkeit, dass ich hier meine eigene Box brauche, damit wir pünktlich losstarten können, damit die Versanddienstleister die Sachen mitnehmen können und damit die Sicherheit der Pakete auch gewährleistet ist. Und weil ich die Zustände hier draußen ja bestens kenne, würde ich mich natürlich auch um die Sicherheit der Box entsprechend kümmern. Wie ich festgestellt habe, sind solche Container sehr beliebt. Ja, denn genau jener, der da bereits steht, ist das auch so ein Fall davon. Ich sage es mal so, wenn jemand also einen Container kennt, der zufälligerweise nachts von irgendeiner Laderaumklappe eines Transporters ausgefallen ist und der weiß nicht, wie der wieder auf die Ladefläche zurückkommt. Versteht ihr, was ich meine? Dann habe ich damit theoretisch auch kein Problem. Aber was ich nicht möchte, ist, dass mir hier die Kripo auf der Nase tanzt, weil praktisch noch ein Sender an der Ecke von dem Ding dreinigt. Wisst ihr, was ich meine? Ich sage es mal ganz frei raus. Die Angebote, die ich in den letzten Monaten so eingeschaut habe und kenne, die mal kurzzeitig ankamen, das war entweder A, Schrott von solchen Dingern. Die hatten also mehrere Schadstellen, Schlösser kaputt, aufgehebelt, große Risse, riesengroße Verbeulungen und so weiter, wo ich mir sage, das ist eigentlich nur noch Altmetallschrott. Oder es waren Sachen, wo, ja, ich drücke es mal vorsichtig aus, wo genau halt jener Verkäufer möglicherweise ein solcher Fahrer eines Transporters war. Ja, das heißt, wir sind durchaus die Angebote, die aktuell auf solchen Plattformen stehen, wie eBay Kleinanzeigen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, da habe ich durchaus mal jemanden angeschrieben, zwei, drei Leute und habe eine ziemlich kuriose Antwort bekommen und habe dann auch noch mal jemand anders anschreiben lassen und da kam eine ganz andere Antwort darüber. Und ja, was soll ich sagen? Also sowas von unseriös, da gehe ich erst gar nicht drauf ein. Also sowas fange ich nicht an. Und es sind leider nur ganz, ganz wenige von diesen Angeboten. Die sind sowas von selten. Denn natürlich mit dem Hintergrund, ich kann das nachvollziehen, mit Spendencontainern hat sich immer sehr gut Geld verdienen lassen. Denn wenn man solche Sachen danach sucht, sind die meisten Angebote, dass Menschen Stellplätze suchen, wo sie so etwas hinstellen können und du kriegst dann quasi eine Miete dafür. Also du kriegst eine Einnahme, wenn du deine Grundstücksfläche zur Verfügung stellst, natürlich der Ort muss irgendwo passen, Frequentierung und so weiter, wo jemand so einen Box aufstellt. Und gerade jedes Mal, wenn irgendwo Kriegs- oder Krisenzeiten sind, das kann man, habe ich in der Vergangenheit schon mal beobachtet, dann geht was so Spenden-Sachen natürlich immer der Peak hoch. Dann ist die Verdienstrate besonders groß. Und jetzt haben wir wieder, natürlich, es gibt ja immer einen Krisenherd, das ist allgemein bekannt, der aktuelle Krieg in Europa, der da herrscht. Und seitdem der anfing, waren praktisch alle Altkleider im Container weg vom Deppich. So. Und damit wird dann natürlich auch wieder Geld verdient. Und wie seriös diese Sachen sind, also ich habe den Eindruck, diese Altkleider-Geschichte oder Altkleider-Schuh-Container, wie auch immer, die hat einen sehr dubiosen Beigeschmack irgendwie. Und die Angebote, die mir gemacht wurden, die kann ich jetzt alle nicht für besonders seriös empfinden. Von daher habe ich mich, wie gesagt, davon frei gemacht, dass ich sage, okay, ich brauche es jetzt hier nicht mit Eigentumszertifikat und Produktionsnachweis und hast nicht gesehen. Hauptsache, hier kommt so ein Container hin und ich kriege deswegen keine Probleme. Na? So. Zur Kostengeschichte. So eine Dinger werden gehandelt mit ungefähr zwei bis vierhundert Euro. Und das betrifft die Klötzer mit einer Materialstärke von zwei Millimetern Stahlblick. Nicht diese Weißblech-Fraktion, die, wenn der nächste mit dem Schuh gegen tritt, gleich ein Loch drin ist. Sowas kann ich nicht brauchen, denn ich muss auch kurz darauf hinweisen. Diese Region ist tatsächlich so, dass ich diesen Container sichern muss. Ja, es ist einmal den Container gegen Debstahl, als auch gegen Aufbruch. Das ist nichts anderes als in der Stadt. Nur mit dem Hintergrund, dass die Leute hier praktisch Freifahrtschein haben, weil noch nicht mal einer durchkommt. Da wird es nicht mal mitbekommen, wenn du hier ein Haus klaust. Na? Das geht. Und demzufolge und sowas passiert leider. Also Häuser werden nicht geklaut, aber zumindest brennen sie ab und zu schon mal. Na? Das kommt vor. Ähm, ja. Also sowas, das Ding zu den technischen Daten, ich habe jetzt schon angefangen. Ja, also so zwei Millimeter Materialstärke, das sollte massiv sein. Der Klappenmechanismus, der Revolverklappe sollte auch wirklich funktionieren. Und das Ding sollte noch nicht irgendwo durchgerostet sein. Und das bedingt natürlich, dass der Container grundsätzlich wettergeschützt ist. Versteht sich von selbst. Ja? Ähm, und für alle, die jetzt sagen, Mensch, Dominik, hast du so eine hohe Anforderung, kriegst du sie selber? Warum baust du hier nicht selber ein? Ja, das ist ganz einfach, weil der Aufwand dafür noch höher wäre. Das heißt, wenn die Geschichte jetzt aus der Breiten lang führe, also nochmal, ich komme aus dem Metallbau, ist das überhaupt gar kein Problem, ich schweiß mir so eine Kiste, den Mechanismus kriege ich auch gebastelt, das ist alles kein Thema. Aber die Materialkosten wären momentan dermaßen hoch mit allem dem, was ich dafür bräuchte, dass ich davon gleich mehrere solche Boxen kaufen könnte. Das ist tatsächlich so, es geht nicht nur um das Material, äh, um das Metall an sich, sondern hier, wenn ich was schweiße beispielsweise, was gerade mein Schweißgas kostet, Argon, was ich für mein WIC-Gerät nutze, ist der absolute Oberbrenner, dann kommt hinzu, dass ich das gar nicht mehr ran bekomme. Seitdem die Linde AG ja bekanntlicherweise von den Amerikanern aufgekauft wurde, äh, ist der nächste Händler von mir abgeschnitten worden. Das heißt, ich bekomme hier im Umkreis von 50 Kilometer und überhaupt gar keine Gasflaschen mehr. Ich wäre noch bereit oder war ja noch bereit, 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, einfache Strecke, mir diese riesengroßen Flaschen hinten in den Hänger zu legen, Schwertransport zu machen und das herzustrampeln. Aber jetzt müsste ich 90 Kilometer fahren, um überhaupt Schweißgas zu kriegen. Das ist eine Zumutung. Und nein, es fährt hier keiner raus und liefert mir was an. Habe ich alles schon durch? Das ist wie mit der Paketbox, das ist noch das gleiche Problem. Also das sind, äh, macht keinen Sinn, etwas selbst zu bauen. Leider muss ich so sagen, sonst ist das meine erste Variante, die ich immer bevorzuge. Habe ich schon viele Sachen hier selbst konstruiert. Aber in diesem Sinn ist es wirklich einfacher, ähm, so eine Box zu haben. Und jetzt zu der Nummer, wenn jemand einen kennt oder einen Standort oder so. Ich erwarte nicht, dass mir die angeliefert wird. Denn wie gesagt, A, bin ich ja bereit dafür zu bezahlen, zwangsläufig, geht ja nicht anders, als auch B, ich hole die natürlich auch persönlich selber ab. Äh, in diesem Fall würde ich, weil ich ja kein Fahrzeug habe, mir einen Transporter mieten. Der Aufwand ist dafür auch natürlich entsprechend groß, denn ich muss genau in die nächste Stadt fahren. 45 Kilometer mit der Bahn, dass die nächste Verleihstelle eines solchen Fahrzeuges ist, muss sie da die Transporter nehmen, fahre dann das Ding. Ich würde das denn, wird eine größere Tour werden sicherlich, ja, muss den dann für zwei Tage mieten, weil ich es an einem Tag gar nicht zurückschaffe, den, den Amts wieder zurückzubringen mit der Box hier abladen. Also der Aufwand ist in jedem Fall, ähm, für mich nicht neu, na, aber für alle, die sowas nicht kennen, muss ich mal sagen, also die Menschen, die so erwarten, dass ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, ist bei mir genau das Gegenteil. Aber wie gesagt, ich mache das, ja, das ist nicht das Thema, aber, ähm, mir fehlt einfach die Quelle. Das ist der Punkt. Ich, hier also meine Eingangsbitte, ich suche einen Altkleidersammelcontainer in einem, äh, durchschnittlichen, das heißt verwertbaren, funktionstüchtigen Zustand, bei dem die Klappe funktioniert, bei dem das Schloss noch vorhanden ist, bei dem möglichst ein Riegel noch vor dem Schloss dazu ist und der ringsrum auch noch nicht durchgerostet oder sonst irgendwelche Beschädigungen hat, die, ähm, den Zustand hier draußen in der offenen Witterung noch schneller verschlimmern würden, als wenn er irgendwo anwisste, was ich meine. Na, hinzu kommt hier auch noch, das würde ich denn zu der Sicherungsmaßnahme dieser Boxer noch machen, ähm, so dass man sie dann bloß noch mit einem 100-Tonnen-Kran klauen könnte, ähm, dass wir hier auch Land- und Forstwirtschaft haben, die absolut gar kein Problem damit haben, regelmäßig irgendwelche, äh, Masten umzufahren, die hier beispielsweise von Telefonanbietern oder so angestellt werden, mitten im Wald, kracht die bumm, das sind ja Holzmasten, fällt der nachts irgendwann um, hat keiner gesehen, ist keiner gewesen, ähm, das heißt, die rangieren ja auch wie wild und, äh, ich sag das deswegen, weil nämlich auch schon Briefkasse umgefahren wurde. Du kannst hier nur Sachen aufstellen, die panzersicher sind quasi, ne, das sind also keine billige Dinge. Und für alle, die jetzt sagen, Mensch, so eine Paketbox kann man doch irgendwie kaufen, ja, ich muss, wiederhole das nochmal, sicherheitshalber, um denn wirklich festzumachen, denn das ist keine Fluxi-Idee von mir, sondern die ist durchdacht. So ein Ding, was irgendwie einen Meter hoch und einen Meter breit ist, ne, ähm, was schick aussieht, mit Edelstahl, mit irgendwelchen Smart-Funktionen, Beleuchtungsnummern-Schild und was es nicht für ein Scheiß und alles gibt, ja, äh, in 0,3 Millimeter China-Blech-Fraktion für aber 1.599 Euro, da muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Ich brauche einen Kasten, der so groß ist wie nur möglich und, äh, ich weiß, dass es auch aus, von der Bundeswehr-Zeiten kann ich mich an den einen oder anderen Container, ich bin der Meinung, die waren von Zeppelin damals. Gibt es kleinere Sachen, die könnte man für so etwas umfunktionieren. Die haben zwar keine Revolver-Klappe mehr, aber wenn ich dem Zusteller einen, ähm, einen Schlüssel geben würde, könnte er ja auch schließend trotzdem reinstellen. Das würde ja auch noch eine Möglichkeit sein. Allerdings sind die Dinger so groß und so schwer, dass man sie halt nur auch genau mit jenem superschweren Kran anliefern könnte. Also die kann ich nicht mehr selber holen. Und, äh, die kosten dann auch wieder vierstellig. Also das macht leider auch keinen Sinn. Wer sonst noch weitere Optionen darüber hinaus weiß, ja, außer dem, was ich jetzt, Altkleider-Container, was in die Richtung geht, aber dennoch, wie gesagt, entsprechend stabil ist, immer raus damit, na, ähm, mir ist momentan nichts Besseres eingefallen. Ach ja, und wegen der rechtlichen Geschichte, dieser Container steht dann natürlich auf einem Privatbesitz. Nicht bei mir, also wenn sich das jetzt hier, genau hier, können wir den jetzt hier leider nicht hinstellen, weil nämlich hier kein, ähm, Dings ranfährt. Das ist meine Problematik von, von dem Stückchen, wo ich hier hause, ähm, dass die Zusteller sich ja weigern, hier ranzufahren. Kann ich teilweise nachvollziehen, weil der Weg vor mir schon aufhört. Das heißt, ähm, da haben wir denn einen lehmigen Ackerweg und da braucht nur ein leichter Regen sein und du fährst dich schon mit Allrad fest. Da kann ich verstehen, dass da also kein Zusteller hinfährt. Also von der, mich, mich kann man nicht anfahren. Das ist schon mal unmöglich. Aber zumindest würde ich die Box, kann ich, das habe ich auch schon abgesprochen. Wie gesagt, die jetzige steht ungefähr knappe 300. Und ich könnte sie hier auf ein Grundstück stellen. Das steht nur 70 Meter entfernt. Äh, äh, an den, habe ich dort abgesprochen mit denjenigen. Das ist kein Thema. Und es würde dann offen zugänglich für den Zusteller sein, aber gleichzeitig auf Privatbesitz, so dass dann auch quasi keiner sagen könnte, ich hätte irgendwas auf die Straße gestellt. In die Gemeinschaft, äh, Gemeinde würde sich dann Ansprochen führen. Oder hier der Waldbesitzer oder der Landwirt. Ne? Also das ist schon mal abgesichert. Ich habe also alles soweit vorbereitet. Ich habe die Fläche sogar schon geebnet, was das angeht. Ganze Grünzeug weggemacht und so weiter. Ne? Ich brauche quasi quasi nur die Box. Es kann, ne? Und das ist der Punkt. Dann kann es losgehen. Ne? Sobald wir hier diese Box haben, dann, ähm, sage ich, hier sind die Produkte. Ich verkaufe sie. Denn jetzt kommt nämlich der praktische Teil, wo ihr denn seht, dass das nicht mehr ableistbar ist. Das würde nicht funktionieren. Ähm, mit dem, was ich jetzt schon habe. Und ich habe noch nichts mehr angeboten. Da geht es jetzt praktisch nur um Materialbestellung und alles, was damit zusammenhängt. Da komme ich schon nicht mehr hinterher, das mit dem Fahrrad abzuleisten. Und, äh, ich nehme ja viel in Anspruch, wie ihr jetzt gleich im zweiten Teil sehen, also in Kauf, wie ihr da sehen werdet. Aber das, das kann ich nicht mehr machen. Weil dann fehlt mir, dann habe ich keine Zeit mehr, irgendwas herzustellen. Dann kriege ich Bestellungen rein und weiß gar nicht, wie ich das alles abarbeiten soll, im Sinne von Transportversand. Das heißt, diese Kleiderbox ist tatsächlich, Altkleidercontainer, ist ein essentieller Bestandteil des, äh, des Konzeptes meiner, meiner Versanddienstleistung hier draußen im Wald, ja. Das sind so meine Probleme, um nicht zu sagen, vielleicht im Endeffekt dann natürlich auch unsere, ja. Und da wünsche ich jetzt viel Freude bei dem zweiten Teil. Eigentlich wollte ich nur drei Minuten machen und das zwischenzeitlich einblenden. Aber ich konnte es nicht lassen. Ich habe wieder so eine kleine, kleine Wildnisführung draus gemacht. Das heißt, so ein bisschen aus dem Alltag raus. Für alle, die es mal interessiert, ähm, die es noch nicht kennen. Das ist quasi mein, mein Alltag der, der letzten, äh, zehn Monate gewesen. So wie es jetzt in diesem Video ist, kommt das ungefähr so ähnlich natürlich. Der Aufwand ist nicht immer der gleiche, was die Pakete angeht, aber der Weg ist immer derselbe. Und die Tatsache, dass es so abläuft, das mache ich so ungefähr zweimal die Woche, ne. Auf dahin, äh, wünsche ich dabei eine gute Unterhaltung und immer dran denken, worum es hier gehen sollte. Dominik sucht eine, einen Altkleidersammelcontainer. hier Mal dort autonomy. Hier roman, das ist der Job. Jetzt beides, das ist das erste Mal, wo ich jetzt dort befinde. Hierbowen das kleine Unterhaltung und ich möchte hier jetzt den hier passahen. Und ich möchte jetzt das ganze Mal aus dem Alltag, das alles sehen. Das war die ganze Familie mit dieser know- oder- 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 und- oder- 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 oder. Schönen Warten hinein, langsam. Ganz ruhig bleiben, fahren wir erst mal hier. So wieder, ganz kurz gucken gehen. Frisch aus dem Alltag, wie immer. Ich hatte schon kleine Verzögerung, bin vor einer halben Stunde schon mal los. Haben wir einen Platten gehabt, akkurat. Ich habe gerade eben geflickt. Ich hoffe es hält. Das Rad ist es. Noch ganz frisch, denn die Flicken und Vulkanisierer sind schon ziemlich alt gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind optimistisch. So sieht es aus. Das wollte ich euch hier mal demonstrieren, wenn ich was verschicke. Jetzt muss man natürlich der Korrektur halber sagen. Es sind hier noch zwei Kästen Wasser drin, wo wir keine Werbung machen. Leere Wasserflaschen, die muss ich zurückgeben. Aber der Hänger wäre auch voll gewesen, wenn ich die nicht drin hätte. Denn ich habe ja noch einen Rucksack auf. Das ist hier alles. Ich weiß nicht wie viele Sendungen, die Anzahl spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass es eine ganze Menge ist, um nicht zu sagen zu viel für uns. Wir haben, also das ist hier die Grenze. Das wollte ich da noch was sagen. Wir haben heute ungefähr minus 7, minus 8 jetzt gerade. Auch wenn die Sonne scheint, es fühlt sich nicht wärmer an. Und ich versuche jetzt heil in die Stadt zu kommen. Der Schwerpunkt des Hängers. Das ist natürlich eine Katastrophe. Kann man sich vorstellen. Ich habe schon Bedenken, dass er umkippt. Also ich bin mir ziemlich sicher, er wird umkippen. Auch wenn ich versuche langsam zu fahren. Weil das ist einfach ein Ding, das ist wie auf Eiern. Dann fahre ich zuerst mal die Wasserflaschen. Wenn wir sie denn heil in die Stadt bekommen, abgeben. Dass wir die schon mal raus haben. Und dann fahre ich zur Post, die Pakete alle loszuwehren. Dann fällt mir auch wirklich ein riesen Karton vom Herzen. Und dann ist es nicht so, dass wir auf dem Rückweg einen leeren Wagen hätten. Sondern dann müssen wir Eli's Futter einkaufen. Der wird also wieder voll werden. Mindestens aber schwer. Auf dahin, wieder so eine kleine Anekdote aus dem Alltag. Und meine einzige Sorge ist jetzt, wie gesagt, neben dem Schwerpunkt des Hängers. Vor allen Dingen auch die Luft im Reifen. Deswegen die Pumpe immer griffbereit. Auf dahin, Eli hat sie erleichtert. Kommen wir weiter. Komm ran hier. Los, Razzi. Na komm her. Hier geht's her. Zick, 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 Eli. Komm, halt. Stirb, stirb, stirb. Komm mal ein bisschen her hier noch. Ein bisschen ran. An die Fußis. So ist sie fein. So. Schön langsam. Halt, 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 halt. Ich lag. Das schlimmste Stück ist jetzt immer natürlich der erste Kilometer. Wenn Eli frei dreht. Guckt euch an. Es kann gar nicht schnell den Loch losgehen. Und dann geht es bergab und dann in eine Kurve. Ich hänge jetzt nur an der Bremse drin. Ich hoffe es passiert nichts. Aber ich lasse die Kamera laufen. Falls es kippt, dann habt ihr es mal gesehen. Schön langsam, Eli. Langsam. Oh, da ist schon der erste Musik. Oh, halt, 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 halt. Hier ist der erste Wurzel. Das wäre der erste Sturzpunkt. Schön langsam. Jetzt wird der Weg schräg. Ihr seht jetzt mehr als ich. Ich sehe den Hänger ja nicht. Wirklicher Weite. Wenn ich Rückspiegel hätte, dann wird mir nur schlecht werden. Was? Ganz langsam, Eli. Jetzt kommt gleich der zweite Nachpunkt hier. Hier, das ist die Sturzpunkt. Schön langsam, Eli. Oh, die hoch. So ist ein Fein. Und dann brauchen wir heute natürlich ein bisschen langsamer. Mit dem Hänger. Ja, er ist auch wirklich schwer übrigens. Auch wenn die Wasserkalister nicht voll sind, sind dennoch die, einige Pakete haben ein bisschen Gemisch drin. Die liegen natürlich unten. Und machen es leider nicht besser, was den Schwerpunkt angeht. So, hier ist der Stock. Wow. Und dann kann ich nur hoffen, dass die Aufräum- Reinigungsdienste hier in den letzten zwei, drei Tagen, Na ja. Na ja. Na ja doch. Da haben die ja angefangen Ende letzter Woche, die den Weg freigeräumt haben. Denn es lagen nur Bäume quer. Überall. Das war... Ja, seht ihr? Das ist Frost in ihrem Fall. Ähm. Ansonsten liegen ein Haufen Äste im Weg noch. Und mit denen über, also Bäume, Baumstämme, um mit denen über den Weg zu kommen, das war schon ohne Hänger eine Katastrophe mit dem Fahrrad. Weil ich nur umtragen habe. Also dann haben wir... Dann haben wir heute wieder die Hängeraktion zum Sarek. Ja. Nur ein bisschen anders. Wird Razzis machen. Auf dahin. Die Sonne scheint. Das ganze Reiseauti gleich. Lass jucken. Oh. Seht ihr sie? Da hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, c. Nee. Er hat mich verzählt. Aber da sind sie. Haben in der Sonne gebrütet. Die Rehe. Die praktisch die Silvester weder von den Jägern noch von den Knallkörpern getroffen wurden. Das sieht jetzt noch viel aus. Aber es waren tatsächlich mal deutlich mehr bei uns. Ansonsten, wie gesagt, kreuzen sie ja hier den Weg. Und ich muss aufpassen, dass wir nicht übermetern. Ja. Aber halt, Eli. Wo wir gerade schon mal angehalten haben. Auf dem sonnigen Stück. Das wäre Becker-Handwäcks und würde ich uns ohne die kleinen Augenblicke am Wegesrand. Zeige ich euch mal hier einen kleinen... Machen wir ruhig mal. Die Sekunde haben wir noch. Wir müssen gucken, wie wir hinkommen. Hier, Eli. Geht's lang. Machen wir noch eine kleine Stepfvisite ins Grüne. Der Weg sieht gut aus. Also ist befreit worden von jenen querliegenden Bäumen. Recht vielen Dank an die fleißigen Menschen, die das getan haben. Ich darf das leider nicht machen. Denn es ist ein Naturschutzgebiet. Mache ich mich tatsächlich strafbar. So verrückt das klingt. Denn ich hatte die Kettensäge in der Hand. Wäre für mich ein kleines gewesen, einfach weiter zu machen. Aber hier ist dann die Grenze. Und das wollte ich nur kurz zeigen. Der Winter ist da. Eli, kannst du da schon rauf gehen? Oh ne. Das reicht doch nicht. Guck mal hier. Hey, Eli. Guck mal hier. Nicht da ranpinken. Guck mal hier. Ja, guck mal da. Ne, das wird nix. Da wollen wir vom Eli keine nassen Furten holen. Eine schöne Sache. Wie viele von diesen kleinen Tümpeln, unabhängig von dem Hochwasser, was wir vor den letzten Wochen hatten. Seht ihr ja auch hinten hier, ne. Auf dem Feld. Ich kann's nicht lassen. Wir machen schon wieder die Führung, ne. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich hab mit einfach nur in die Stadt fahren. So ist das immer bei mir, ne. Machst du irgendwas, hast du dir vor und dann siehst du irgendwas. Und das ist auch noch interessant. Ja, so ist das Leben. Äh. Mal sehen bei uns die Felder aus. Äh. Sieht jetzt natürlich nur wenig davon. Oh, da hinten stehen auch wieder welche. Das sind aber andere. Äh. Auch ein anderes Revier übrigens. Sieht aus wie sieben, acht. Ähnliche Anzahl. Ja. Das können die nicht sein. So schnell kommen die hier nicht rüber. Also das, äh. Das glaube ich nicht. Denn die werden wir wahrscheinlich auf der anderen Seite stehen sehen. Jetzt animiert natürlich die Sonne auch. Ja. Schön hier den... Ja. Etwas vom Bauern zu verspeisen. Ja, aber so einen kleinen Eindruck habt ihr mal. Da wo die Äcker natürlich eine Senke haben, da steht das Wasser. Ganz normal. Und da haben wir hier auf der Strecke von solchen Löchern bestimmt 30 Stück. Aber ansonsten nichts Wildes. Unser See hat, äh, ungefähr 60 cm mehr Wasserstand vom Ufer. Äh, ausgesehen ist aber noch nicht übergetreten. Und, ähm, äh, zu Elbe müsste ich tatsächlich mal hin. Aber ganz ehrlich, ich habe es nie geschafft. Bezüglich der Zeit. Äh, und dann möchte ich Eli das auch nicht zumuten, weil es jetzt zu kalt ist. Ja. Weil der würde reinspringen natürlich, möglicherweise. Also das ist jetzt... Wir warten mal, bis wir wieder über Null Grad haben. Ja. Wenn sie nicht vorher dann trämiert kommt. Das weiß man ja nicht, ne? Auf der Hähne da ist wieder ein, äh... Kleine Stüpfel sieht am Weg dran. Und, äh, technischen Dienst während der Fahrt. Oh, sieht gut aus. Sieht noch gut aus, der Hänger. Luft? Passt noch. Perfekt. So, Eli, komm wieder ran hier. Wir haben den, den Busfahrteil überstanden. Aber ja, wirklich langsam gefahren. Ist nichts umgekippt. Oh, bin ich froh. Also das wäre ich schlimm gewesen, ja. Wegen die Flaschen einerseits. Aber das ist ja natürlich... Was auf dem Hänger ist, ist ja nicht alles meins. Das ist doch was ich meine, ja. Jo, und jetzt habe ich festgestellt, hier auf der Straße, sieht ganz schön, ganz schön eisiger Wind. Oh, das fühlt sich nicht mehr an wie minus 8. Auf keinen Fall. Das ist zweistellig. Es sieht wärmer aus, als es ist wahrscheinlich im Video. Aber können wir glauben, noch 5 Grad weniger. Und ich trage keinen Helm mehr. Sondern meine, sondern meine Russenmütze. Ja, politisch neutral formuliert meine Echtfell-Polar-Kappe. Also... Ja, schönes Wetter wenigstens. Ja, das ist ja von der Kälte. Wollen wir nicht rumjammeln? Gibt's Schlimmeres. In anderen Ländern... Da... Steht alles still. In äh... In äh... Am Piet 11 übrigens. Ja, für alle... Zum Beispiel bei der Abendhäubertage. An jener Stelle... Ist äh... Letzte Woche... Äh... Donnerstag war's gewesen. Also vor einer knappen... Vor einer guten halben Woche. War an dieser Stelle, und das habe ich aus erster Hand, Minus 38,6 Grad Celsius. Ja... Habt ihr vielleicht schon irgendwie gehört? In den tollen Medien... Dass der... Äh... Winter in Skandinavien... Äh... Also kurzzeitig zumindest. Ist relativ... Äh... Bitter mal war. Und äh... Ja... Äh... Deswegen sind natürlich hier so... Minus 8 ist ein Witz. Ja... Jetzt ziehen wir nochmal 30 Grad ab. Und äh... Da braucht's natürlich auch keiner kommen und sagen... Naja, aber... Skandinavische trockene Kälte ist ja was anderes als unsere Feuchte... Aus dem... Naja... Wisst's... Wenn du bei minus 25 Grad da oben stehst... Kann ich wirklich sagen... Fühlt sich das trotzdem nicht an wie minus 5. Ja... Für alle, die gerne im Winter... Bei viel Schnee... Sich diese Illusionen mal entgeben... Kenne ich natürlich. Hatte ich auch mal. Schon sehr, sehr lange her. Es ist naskalt. Oh... Oh... Jetzt seh ich auch gerade... Wer geräumt hat... Unseren Weg. Also vermeintlich mit beteiligt ist... Und diese... Räumkolonne... In Anmarsch... Sei sie in Arbeit... Hier ist vieles umgefallen durch den Sturm... Weil ja auch vieles tot war... An Holz... Was hier in der Gegend steht... Aber wir haben's... Wir haben's... Wir haben's bald geschafft. Wir sind gleich in der Stadt... Und dann können wir praktisch bloß noch überfahren werden... Na... Den Hänger seh ich sonst für sicher... Das sind die Menschen... Die jetzt quasi meine... Dafür sorgen... Dass ich im nächsten Sommer... Kein Obst mehr von der Landstraße ernten kann... Kostenlos... Das hatten wir... Ja... Geile Sache eigentlich... Wir haben gerade mal eine Mirabellenbüsche... Äh... Kurz und klein gemacht... Und äh... Die... Das muss ich jetzt nicht sagen... Die haben wirklich niemanden gestört... Absolut niemand... Das ist hier... Äh... Ich möchte niemanden schlecht machen... Aber das ist teilweise ne... Ne... Abm... Sagen sie es nicht... Denn die... Ne... Ihr fangt aus... Die Früchte... Die Pflaumen und Mirabellen Niederstand... Haben wir ja alle was von gehabt... Ja... Betonung doch... Gehabt... Scheiße... Keier... 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 Wenn man ist, dann besser für die nächste Minute... uceих... Schörères auf... Mediht was... Um... Tritt ist... D richtig... Erste Dämpferd! O필... Ola... Seili... Wollüttel... So werden wir ja drehen... Muito意識 ist... Hey... Achereumu... Jetzt ist es einfach nur noch ein bisschen schwer, aber der Schwerpunkt, der ist entspannter. Wir fahren nach links. Links, Eli. So ist es fein. Wir sind ja nicht bei einer Post und werden die ganze Krippe jetzt hier hoffentlich los. Wir müssen uns beeilen, dass Eli nicht einfriert. Das Paket ist aber glücklicherweise los geworden. Aber jetzt haben die da drinnen ein Problem. Ich habe nämlich gerade gehört, dass heute Streik ist. Die Bauern haben alle Straßen blockiert und es wird keine Post ausgefahren. Und damit wird nichts abgeholt. Was denkt ihr, wie das da drinnen aussieht? Das ist eigentlich wie bei mir zu Hause aus. Reiner Kartonladen. Das hatte ich jetzt, konnte quasi die letzten Tage überhaupt nicht mehr mich bewegen in der Hütte. Kann man sich vorstellen. So wenig Quadratmeter und so viel Rappel. Und das war noch nicht mal alles. Wir haben ja noch leere Kartons. Jetzt haben die nächsten dann ein Problem, aber das ist dann jetzt erstmal nicht meins. Dann werden wir den Hänger jetzt mal wieder voll hinein. Nicht mit Eli, sondern mit seinem Futter. Die sind zwar schwerer, aber dafür den Vorteil, dass man mit dem Hänger dann theoretisch viel schneller fahren kann. Der Schwerpunkt ist viel besser. Der Hänger dann mal wieder voll machen. Dass es schön war. Schmacko. So sieht es aus, wenn 50 Kilo im Wagen liegen, die aber sehr überschaubar sind. Schön bündig, mehr passt aber auch nicht rein. Aber wir hatten schon was drauf. Theoretisch müsste ich jetzt noch einkaufen fahren, denn ich bräuchte eigentlich selber was zu essen. Der Rucksack ist jetzt leer. Aber das Problem ist, ich möchte Eli nicht warten lassen. Es ist einfach viel zu kalt heute. Weil ich da eine Viertelstunde drinnen stehe und dann ist irgendwann eine Schlange an der Kasse und frittet sich draußen nur ein Ast ab. Das will ich ihm nicht zumuten. Daher beiße ich jetzt in den sauren Apfel und erfreue mich an den Hundedosen. Es ist nicht die letzte Fahrt diese Woche. Auch wenn die gerade erst angefangen hat, bin ich mir sicher, dass wir nochmal in den Genuss kommen werden, in ihrem Fall wieder los zu können. Ich hoffe dann allerdings ohne Hänger. Ja. So. Ich will nicht über Harbor die Ländegang rein. Rechts rum,.. 给ere! Feuereggeldan! Komm rein! We Saint! Zie! Jaaa! Ohhh. Endlich von der Straße runter! Der Wind. Das kennt also. Der Bart friert einen. Wahnsinn, also wie die den Bart haben kennen. Oh, da kält es sich ja. Man muss sagen, es ist kälter, als es aussieht. Ja, spontan nicht. Schön sonniges Wetter. Wir haben unseren kleinen Hängeauszug. Gut überstanden. Hat alles funktioniert, wie eigentlich ja immer. Aber der Aufwand ist natürlich... Und vor allen Dingen die Zeit. Der zeitliche Aufwand. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Kalt ist es mir tatsächlich nicht, dank der schwedischen Wolle, die ich an habe. Die da ist es wahrscheinlich deutlich kälter. Aber es ist dennoch anstrengend. Und hat uns jetzt um und um darum gut zwei Stunden gekostet. Der ganze Spaß. Zweieinhalb plus einmal die halbe Stunde Reparatur vorher. Mit dem Rad. Aber momentan, wir haben gar nicht wieder geguckt. Also... Sieht gut aus. Der Flicken hat gehalten. Wunderbar, ich freue mich. Ich hatte aber dennoch, bevor wir losgefahren sind, gleich mal zwei neue Schläuche bestellt. Denn ich hatte gar keine. Für den Hänger. Falls mal was größeres ist, natürlich. Ja. Den 16 Zoll. Das habe ich festgestellt. In dem Format zumindest. Was der hier drauf hat. Und dennoch mit französischem Ventil. Sv. Ähm... Ich hatte... Ich stirb raus. Hast du fast so rumgekommen. Schwierige Geschichte. Ich wollte kein... Autoventil haben. Weil ich mit dem Fahrrad ziehe habe. Praktisch das gleiche fahre. Ja. Wegen der Kompatibilität. Und der... zukünftigen Platzflüße. Machen wir noch mal einen kleinen... einen kleinen Abstecher. Da dachte ich mir eben ganz spontan. Wo wir das vorhin auf der Hintür auch hatten. Ne Eli. Bleib mal hier. Die Dosen sind sowieso eingefroren. Da mache ich mir gar keine Illusion. Wenn wir angekommen sind, sind die Steine hart. Aber das ist kein Problem. Denn das wäre in anderen Orten genauso. Aber ich dachte mir... Hey Eli. Hier gehts lang. Gucken wir uns noch mal. Die Sonne steht gerade so schön. Die glitzert hier über die überfluteten Wiesen. Gucken wir uns mal eine so eine an. Auch wenn ich jetzt nicht supermäßig dafür ausgerüstet bin. Wegen meiner Kunstfaserhose. Da wohnt ein Stacheldraht. Mir wird schon ganz schlecht. Aber das Risiko gehen wir jetzt mal ein. Für die, die sonst nichts... nichts Grünes sehen, weil sie nur in der Stadt wohnen. Gucken wir uns das hier mal vorsichtig, Eli. Ich bin da drunter durch. Na dann. Vorsichtig. Das ist noch nicht festgebrochen. Das Eis wäre eigentlich zu, aber es steht ja komplett hier an der Sonne. Da haben wir denn... Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht viel weiter gehen. Also ich brauche gar nicht weiter gehen als überflutet Tier. Da stehen wir nur drin. Nochmal einen kurzen... kurzen Blick genießen. Ich hätte jetzt fast gesagt... Kinder, ne? Wie immer an den schönsten... Lassen wir das. Lassen wir den Spruch hier. Mache eigentlich gar keinen Sinn. Aber... Auch wenn wir direkt vor der Haustür sind. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde... Ist der noch eine ruhige? Das ist es in jedem Fall. Das ist eine ruhige Kulisse. Wenn ich den Schnabel halte. Durch, Eli. Durch. Jucka. Par hier auch. Ja, hier geht's. So schön kann so ein Ausflug sein.